Hallo meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen alle Stiere, Jungfrauen und Steinböcke für euer Reading aus dem Tarot für die 1. Januar Hälfte. Ja meine Lieben, ich hoffe ihr seid gut über die Feiertage gekommen. Es steht ja jetzt noch Silvester und der 1. Januar an. Und ich habe einfach mal gefragt, welche Energien stehen euch denn zur Verfügung in diesem neuen Jahr? Ja, bitte bedenkt wie immer bei den allgemeinen Readings, dass die Energien natürlich nicht für alle stimmig sein können. Wenn du fühlst, dass die Botschaften gut bei dir ankommen, wenn du mehrmals nicken musst innerlich oder den einen oder anderen Aha-Effekt hast, dann darfst du davon ausgehen, dass das Reading auch für dich bestimmt ist. Wenn du dagegen schon nach wenigen Minuten merkst, dass du mit den Botschaften nicht in Resonanz gehst oder diesmal nicht, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder deinen Mondzeichen an, denn es kann sein, dass du mit diesen Legungen besser in Resonanz gehst. Ansonsten, was immer du fühlst, wenn du die Karten betrachtest, wenn du meine Worte hörst, das ist die Botschaft, die zu dir kommen möchte. Ja, ich beginne auch gleich mit der Gesamtenergie. Es wollte eine wunderschöne Karte, als allererste Karte für dich springen aus dem Deck, ja. Das ist die Hohepriesterin. Und es ist eine ganz tolle Karte, eine sehr spirituelle Energie aus der großen Arcana des Tarots. Und das Erste, was ich wahrgenommen habe zu dieser Karte, ist Intuition. Die Hohepriesterin steht ja für die Anbindung an die eigene innere Stimme. Und es könnte tatsächlich sein, dass ihr jetzt mit dem Beginn diesen neuen Jahres immer wieder Impulse aus eurem Inneren vernehmt. Ja, eine Stimme, die ja schon lange versucht, zu den Erdzeichen durchzudringen. Ja, aber die Erdenergie ist natürlich auch eine sehr bodenständige, sehr verstandesorientierte Energie. Und manche Erdzeichen tun sich in der Tat schwer, ja, zu unterscheiden, was möchte mir jetzt die innere Stimme sagen, was kommt da tatsächlich aus meiner Intuition heraus. Dann, wenn solche Impulse kommen, wird auch sehr oft wieder der Verstand eingesetzt, um diese Stimme sozusagen zu analysieren. Was natürlich dann auch bedingt, dass die Erdzeichen langsam sind von ihrem Entwicklungsweg her. Ja, aber wenn du selbst Erdenergie in dir hast, dann weißt du das, ja, dass du also schon ab und zu solche Botschaften aus deinem Inneren vernimmst. Aber die Erdenergie neigt dann dazu, das nochmal wieder zu hinterfragen und zu analysieren. Aber ich nehme der Karte als Gesamtenergie wirklich wahr, dass immer wieder bestimmte Botschaften zu dir durchkommen möchten, ja, und du beginnst vielleicht tatsächlich auf diese Stimme zu hören. Ich frage hier oben ja dann an dieser Stelle, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht so aus den letzten Tagen des Dezembers, ja, und da fallen zwei unglaublich bezeichnende Karten für die Erdzeichen, Readings, die ich in den ganzen letzten Monaten gelegt habe, ja. Da fallen die Achtkelche und der Magier und da nehme ich wieder diese unfassbare Sehnsucht in vielen von euch wahr nach einem Neubeginn. Die Erdzeichen-Readings waren ja für einige von euch in den letzten Monaten nicht mehr stimmig, und zwar für die Gruppe, die sich bereits aus einer Situation befreien konnte, die euch nicht gut getan hat, ja. Ja, also viele haben diesen Absprung geschafft aus einer Verbindung, aus einer Beziehung oder auch aus einer anderen Lebenssituation, in der ihr gesteckt wart und ihr habt immer wieder gespürt, eben auch durch eure innere Stimme, die unaufhörlich zu euch spricht, und ihr habt euch befreit. Also, wenn du in dieser Gruppe bist, wirst du merken, du gehst mit diesen Energien nicht mehr so wirklich in Resonanz, aber ihr müsst ja auch bedenken, dass ich natürlich immer um die Energien für diejenigen unter euch bitte, ja, die momentan dringend einen Rat brauchen, ja. Wenn du dich also bereits befreit hast und du führst jetzt schon ein Leben in Unabhängigkeit, vor allem auch in emotionaler Unabhängigkeit, ja, dann darfst du stolz auf dich sein. Dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn hier das nicht mehr passt für dich, ja. Denn ich frage ja immer meine Mannschaft, ja, und natürlich auch diesbezüglich die Karten, welche Gruppe braucht denn gerade Hilfe? Welche Gruppe, welche Menschen aus unserer Heart and Soul Family haben denn gerade diesen Rat nötig? Und deswegen fallen natürlich dann auch die Energien für diejenigen unter euch, die noch einen Schritt weitergehen dürfen in ihre Befreiung. Und mit diesen beiden Karten, ja, nehme ich ganz klar wahr, dass sich viele von euch wieder Gedanken gemacht haben, vielleicht gerade über die Feiertage, dass sie da, wo sie sich noch befinden, nicht glücklich sind, ja. Dieser Mann hier auf der Karte, und es kann vielleicht auch wirklich im Zuge des Vollmondes gewesen sein, den drängt es regelrecht hier zu diesem Neubeginn. Die Karten liegen ja auch nicht zufällig genau in dieser Position, ja. Du siehst ja, dieser Mann macht sich auf in die Dunkelheit, trotz seiner Ängste, trotz dem er nicht sehen kann, verlässt er sich auf seine Intuition. Der Mond steht immer auf für Intuition, und das passt ja wundervoll hier zur Hohen Priesterin. Ja, ich habe das Gefühl, dass einige von euch sich wirklich über diese Festtage Gedanken gemacht haben, bin ich denn an dem Ort, an dem ich mich hier jetzt mit diesen Menschen unterm Tannenbaum befinde, bin ich denn hier richtig? Und es ist große Sehnsucht da, nach einem Neuanfang. Und es ist auch schön, dass der Magier fällt und nicht der Narr, denn der Narr, der steht ja immer so ein bisschen für Neubeginn ins Blaue hinein, ja. Aber der Magier, der hat ja im Prinzip alle Voraussetzungen dafür, tatsächlich diesen Neubeginn zu manifestieren. Und gerade jetzt im Jahreswechsel nehme ich das einfach wahr, dass viele von euch diesen Wunsch ins Universum schicken, ja. Das war ja auch letztlich Thema für das Erdzeichen-Reading, das ich gemacht habe in der 2. Dezemberhälfte. Da hatte ich ja mal eine andere Liegeform gewählt und auch einen Ausblick auf 2019 erfragt. Und da, glaube ich, auch, da fielen ja auch Karten für Neubeginn. Der Ast der Stäbe war da, glaube ich, ja. Es drängt eure Seele danach, authentisch zu werden. Und ihr selbst fallt hier in die Legung als König der Münzen. Wenn du jetzt eine Frau bist, ja, dann habe ich wahrgenommen, das habe ich mir in der Meditation, die ich ja bereits über der Legung gemacht habe, auch aufgeschrieben. Dann darfst du in dieser 1. Januar-Hälfte mal drauf schauen, welche männlichen Anteile darfst du in dir noch stärken. Und oftmals braucht es ja, um eine Situation zu verlassen, in der wir uns nicht mehr wohlfühlen, gerade diese männliche Tatkraft, ja, dieses Aktivwerden, dieses Vorangehen. Insgesamt sagt die Energie natürlich, wenn du selbst in deine Legung fällst, dass es dich hinzieht, ganz authentisch dein eigenes Sein zu leben. Denn ich frage ja in der Position, wie entwickelt sich diese Energie denn weiter jetzt in diesen 2 Wochen? Und vielleicht hast du über die Weihnachtsfeiertage nochmal gemerkt, ja, dass du da, wo du bist, in irgendeiner Art und Weise nicht als der Mensch wertgeschätzt wirst, der du wirklich bist, nicht dein eigenes Sein verwirklichen kannst, dass vielleicht auch deine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ja, denn es scheint bei dir ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl zu tun, zu haben, ja, denn, ich frage hier weiter, wie entwickelt sich das Ganze dann in Richtung Mitte des Monats und da fällt das Ass der Münzen. Also wieder Münzenergie, ja, dein Element und das ist ja die Karte schlechthin, die dir sagt, der gesamte Prozess, in dem du dich befindest oder diese Situation, birgt eine Chance für dich, um dich weiterzuentwickeln und zwar hin zu dir selbst, hinein in deinen Selbstwert, ja, hier reicht dir diese Hand, ja, das heißt, die kommt ja letztlich aus der geistigen Welt, die kommt hier von oben, aus dem Universum, ja, die reicht dir deinen Selbstwert in Form der Münze auf ihrer Hand. Das heißt, du hast hier einen geistigen Helfer um dich, ja, eine eigene göttliche Mannschaft, die versucht, dir klarzumachen zum Jahresbeginn, dass du deinen eigenen Wert erkennen darfst, dass du in der Situation, in der du vielleicht noch steckst, nicht in der Art und Weise wertgeschätzt wirst, wie es sich deine Seele wünschen würde. Und dazu braucht es dann natürlich auch diesen männlichen Aspekt der Erdenergie, um zu sagen, ja, ich steige aus, aus dieser vielleicht ab und zu eingenommenen Opferhaltung und so nach dem Motto, ich kann ja nicht, ich würde gern, ich kann ja nicht. Und hier sagt dir die geistige Welt, doch, du kannst, dein Glück ist zum Greifen nah. Und ich finde es so schön, das möchte ich euch jetzt gleich zeigen, an der Unterseite des Decks, ja, was ich ja auch immer zur Gesamtenergie dazu nehme, liegt nämlich der Ritter der Münzen. Hier hast du nochmal den Selbstwert auf deiner Hand. Und mir kommt es fast vor, ja, das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Spiel mit den Karten, ja, aber das lasse ich ja auch immer einfließen, weil sich manchmal dadurch nochmal etwas besser veranschaulichen lässt. Mir kommt es so vor, als würde dir deine Intuition, die göttliche Führung, ja, nochmal aufzeigen. Schau mal, das ist dein Wert. Da kommt mir wieder dieser Satz, du bist Gold, ja, aus meiner Weihnachtsbotschaft in den Sinn. Und was ich so schön finde, du scheinst, diese Münze aufzunehmen. Du scheinst wirklich zu verinnerlichen, denn du hast ja auch hier nochmal diese Münze, ja, du scheinst wirklich zu verinnerlichen, dass du Gold bist, dass du nur das Beste in deinem Leben verdient hast. Diese Ritterenergie ist die langsamste Ritterenergie des Tarots, ja. Der Ritter der Münzen ist der langsamste Ritter. Das Pferd steht ja auch noch, ja, wie ihr hier seht. Da geht noch keiner los. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr positive Energie, die von Stabilität zeugt. Also, so langsam die Erdenergie auch ist, ich sehe trotzdem Entwicklungstendenzen in den letzten Readings, dass immer mehr von euch in eure Kraft finden, dass ihr erkennt, ihr habt Erfüllung eurer Bedürfnisse verdient. Und wenn euch jemand in einer aktuellen Lebenssituation nicht respektvoll und nicht genügend wertschätzend behandelt, ja, dann ist es Zeit, diese Situation zu verlassen. Und ihr scheint euch da ja auch Gedanken darüber zu machen. Und gerade eure innere Stimme ist jetzt im Januar entscheidend, ja. Ich komme da gleich nochmal bei dem Eremit dazu. Zunächst möchte ich auf diese Karten eingehen. Das ist die Position, da frage ich ja, was kommt vielleicht im Außen auf dich zu? Und da wollten zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen. Und mit diesen beiden Karten nehme ich einfach räumliche Bewegung wahr. Der Wagen steht ja sowieso für Reisen, für Umzug, ja. Oder auch jemand kommt auf dich zu, ja. Dass vielleicht du Besuch bekommst. Jemand macht eine Reise zu dir. Und das könnte sogar eine Reise von weit her sein. Denn schau mal, dazu fallen die zwei Stäbe, ja. Wir sehen hier die Weltkugel. Also ganz eindeutig mit diesen beiden Karten möchte dir die Legung sagen, Es könnte entweder sein, dass du eine Reise machst oder zumindest, dass du im Außen, ja, die Gelegenheit bekommst oder vielleicht sogar geplant hast, eine Reise zu machen. Oder du machst Pläne. Du machst Pläne vielleicht sogar für einen Umzug und es könnte sogar wirklich eine große Distanz beinhalten, diese räumliche Veränderung mit der Weltkugel hier. Das ist jetzt sicherlich nicht für viele stimmig, ja. Aber das ist einfach mal eine Wahrnehmung zu den Karten. Was natürlich auch sein könnte ist, dass du von außen tatsächlich die Gelegenheit erhältst, dir einfach mal ein oder zwei Tage freizunehmen, um wegzufahren, ja. Ich komme gleich nochmal bei dem Eremit da draus, um nochmal wirklich darüber nachzudenken, ob die Situation, in der du dich noch befindest, tatsächlich das ist, wo du bleiben möchtest. Denn die zwei Stäbe stehen auch immer für die Sehnsucht nach einem Neubeginn. Auch hier natürlich noch Stagnation, ja. Wir haben hier eigentlich zwei gegensätzliche Energien, was so ein bisschen der ganzen Legung entspricht, ja. Auf der einen Seite diese große Sehnsucht nach dem Neubeginn, ja. Auf der anderen Seite aber natürlich auch dieses Erdelement der Langsamkeit, des Analysierens, des Überlegens. Also sehr schön dargestellt, wie ich finde, von den gefallenen Karten, ja. Ich habe so das Gefühl, du möchtest, du sehnst dich nach dem Neubeginn. Du weißt wahrscheinlich sogar schon, wo du hin möchtest, ja, mit dem Wagen. Das Ziel hast du schon vor Augen, aber du stehst noch. Und deine Intuition, das kommt mir vor, als würde die dich schubsen wollen. Und da fällt eine so passende Karte an die Position, frage ich ja nach deinen Hoffnungen und deinen Ängsten. Und ich habe zu der Karte sofort im Kopf gehabt, du hast Angst, dass du eine bestimmte Situation nicht loslassen kannst. Du, man ist ja nicht umsonst in einer Situation, die einem aber nicht wirklich gut tut. Für viele von euch gibt es in dieser Situation etwas, was euch da hält. Und für viele Erdzeichen ist es natürlich auch, muss man ganz deutlich sagen, sind es oft materielle Umstände. Ist es das Verantwortungsbewusstsein? Ist es finanzieller Verlust, der vielleicht droht, wenn du die Situation verlässt? Und das macht dir Angst. Das spüre ich bei dieser Energie. Du siehst ja auch diesen Mann, der hat wirklich regelrecht Angst, etwas zu verlieren. Aber gleichzeitig weiß deine Seele, dass du etwas zurücklassen musst, wenn du diesen Neubeginn für dich manifestieren möchtest. Denn auch dieser Mann hier auf dieser Karte 8 Kelche lässt ja 8 aufrecht stehende Kelche zurück. Aber er weiß, wenn er irgendwann die 10 Kelche anstrebt, dann wird er hier mit den 8 Kelchen nicht glücklich. Denn um zu den 10 Kelchen, das ist ja die Karte für die Erfüllung, zu kommen, muss er erst mal an die 9 Kelche kommen. Und die, wenn ihr euch erinnert, ist ja diese Karte, wo dieser Mann mit verschränkten Armen vor diesen aufgereihten 9 Kelchen sitzt. Und ich sage ganz oft, das ist diese Karte für die Wunscherfüllung. Man hat all seine eigenen Kelche mit Selbstliebe und Selbstfürsorge gefüllt. Und um aber dahin zu kommen, muss etwas zurückgelassen werden. Und das macht Angst. Und hier scheint mir wirklich die Intuition in dieser 1. Januarhälfte ganz stark zu sein. Und ich spüre hier auch Unterstützung der geistigen Welt auf diesem Schritt. Und es könnte keine bessere Karte fallen, wirklich, da habe ich mich so von Herzen gefreut, über den Eremit, hier nochmal, als ich fragte, welche Energie steht dir in der Monatsmitte zur Verfügung. Denn der Rückzug, ja, und die Erkenntnisgewinnung ist für die Erdzeichen tatsächlich die Vorstufe, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Erdzeichen sind keine Schnellentscheider. Die machen nichts Hals über Kopf, ja. Die treffen keine Hauruckentscheidungen. Aber wenn sie sich einmal dazu entschließen, sich von allem zurückzuziehen und tatsächlich in die Innenschau zu gehen, dann fällt es ihnen leichter, zum einen in ihre Stabilität zu finden, denn genau in dieser Rückzugsphase, ja, wird euch ja bewusst, was bin ich denn wert? Darf ich kein Leben führen, in dem meine Bedürfnisse befriedigt werden, in dem ich glücklich bin, in dem ich mich selbst auch als Gold betrachten kann. Nochmal zu dem Satz, ich bin Gold, ja. Wer jetzt meine Weihnachtsbotschaft nicht gesehen hat, kann mit dem Satz nichts anfangen, ja. Aber viele haben sie gesehen und ihr wisst, was ich meine. Euch wird hier in diesem Monat Januar bewusst werden, ja, dass ihr das Beste verdient habt. Und auch wenn es euch Angst macht, wenn hier eventuell etwas zurückgelassen werden muss, habe ich das Gefühl, dass eure Intuition so stark wird. Ich habe es, glaube ich, bereits in dem letzten Video für die Erdzeichen gesagt, viele Erdzeichen sind tatsächlich auch körperlich beeinträchtigt durch Situationen, die ihnen nicht gut tun. Ich bekomme einige Nachrichten, habe viele Nachrichten schon im November auch bekommen von Followerinnen meiner Seite, meines YouTube-Kanals, ja, Frauen in der Erdzeichen-Energie, die klagen über Kopfschmerzen, über Rückenschmerzen, über Nackenschmerzen, über Magen-Darm-Beschwerden, ja, weil sie sich noch immer in einer unglücklichen Beziehung befinden, den Absprung nicht schaffen, aus dem Gefühl heraus, ich verliere materielle, finanzielle Sicherheit. Was passiert dann? Darf ich das tun? Was sagen die anderen? Ja, und hier kommt wieder dieser männliche Aspekt der Erdenergie wirklich raus, ja, zu sagen, nein, nicht, weil du Frau bist, weil du die Verantwortung für Kinder und Mann hast, mit denen du nicht mehr glücklich bist, ja, Hauptsache die Frau hält still und schaut zu Hause, dass die ganze Family noch am Laufen ist. Du bist Gold. Du darfst Bedürfnisse haben. Und schaut mal, was die geistige Welt bringt. die Single-Karte des Decks, die neuen Münzen. Und was sage ich jetzt in den letzten 20 Minuten, ja? Ich sage euch, ihr seid Gold. Und die Frau hier auf der Karte, auf der neuen Münzen, die weiß, dass sie Gold ist, ja. Sie ist mit sich selbst vollkommen im Frieden, im Einklang. Sie ist Single. Sie ist unabhängig, finanziell, materiell und emotional. Und die geistige Welt sagt, das muss dein Ziel sein. Das muss dein Ziel für deinen Neubeginn sein, den du dir so sehr wünschst. Und wie schön passen die Karten. Ihr müsst mal gucken, ja, die fünf Karten, in denen hier das Gelb so vorrangig ist, passen alle wunderschön zueinander. Die neuen Münzen, die Single-Karte für den Neubeginn, ja, der Wagen, du weißt eigentlich genau, wo du hin möchtest, in deinem Inneren. Der König der Münzen, du bist in deinem Element und du darfst die männlichen Aspekte deines Seins etwas stärker zum Ausdruck zu bringen, um den Absprung zu wagen. Und der Ritter der Münzen, du weißt, was du wert bist. Bitte macht diese Energie nicht an einer Zeit von zwei Wochen fest, ja. Ihr wisst, die geistige Welt kennt keine lineare Zeitrechnung, so wie wir. Diese Geschichte kann schon in dir vorgehen, ja, du kannst schon in den Energien im Dezember sein. Das kann auch erst Ende Januar oder im Februar der Fall sein. Bitte nicht auf diese Zeitspanne begrenzen. Aber ich finde, gerade die Erdzeichen-Readings erzählen ja in den letzten Monaten tatsächlich eine Geschichte für eine ganz bestimmte Gruppe unter euch. Und die geistige Führung ist so aktiv jetzt im Januar, zu Beginn des neuen Jahres. Das wäre für mich ein großer Wunsch an euch, an die Erdzeichen. Wenn ihr wirklich am 1. Januar, ja, euch mal kurz zurückzieht und eure Mannschaft, eure geistigen Führer, eure Helfer, darum bittet, jetzt in diesen kommenden zwei Wochen deutlich zu euch zu sprechen. Bittet um Zeichen, ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen bitten, dann wird uns gegeben. Bittet um Zeichen für euren Weg, für euren neuen Weg. Also ein wunderschönes Reading, wie ich finde. Und ich habe mich dazu entschlossen, ich habe so viele schöne neue Decks, ja, unter anderem ein wunderschönes Deck, das heißt Herzen fühlen, ja, von der Sandra Kammern. Das sind Weisheitskarten aus dem Herzen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, für diese Sternzeichen-Readings, für die Elemente-Readings, aus diesem Deck eine einzige Karte zu erbitten, ja, sozusagen nochmal als Ergänzung. Und ich musste fast schmunzeln, als ich diese Karte gesehen habe, die springen wollte für euch, ihr lieben Erdzeichen. Die Karte heißt Abenteuer und jetzt kommt der absolut beste Erdzeichen-Hinweis aller Zeiten. Hier steht, höre auf, Pläne zu schmieden, das Abenteuer beginnt mit der Ungewissheit. Und von was rede ich hier die ganze Zeit? Dass ihr die Pläne schon schmiedet, die Pläne sind da, ja, hier, Ritter der Münzen, zwei Stäbe, Wagen. Aber ihr habt noch Angst vor der Ungewissheit. Davon sprechen die acht Kälte, aber gleichzeitig machen sie Mut und eigentlich könnte man diese beiden Karten zu einer verschmelzen lassen. Höre auf, Pläne zu schmieden, das Abenteuer beginnt mit der Ungewissheit. Das Abenteuer ist der Magier, und die Ungewissheit wird hier so schön dargestellt auf der Karte. Der Mann geht los in die Nacht, der weiß nicht, was ihn am anderen Ufer erwartet. Er vertraut dem Mondschein, also seiner Intuition, seiner göttlichen Führung. Ich habe schon im letzten Jahr, glaube ich 2017 hat es schon begonnen, dass ich in den Erdzeichen gesagt habe, ihr habt die Pläne in der Schublade, aber da liegen sie noch bis heute. Dann habt ihr zwischendurch die Schublade mal aufgemacht, die Pläne sogar rausgeholt, aber letztlich sagt euch die geistige Welt, heute als Paukenschlag zum Beginn des neuen Jahres, hör mal auf mit Plänen schmieden. Das Abenteuer beginnt mit der Ungewissheit. Geh einfach los. Wundervoll. Wundervoll, meine Lieben, ich bin mal wieder begeistert, das kennt ihr von mir ja schon. Ich freue mich für euch, schöne Energien. Ich werde Montag oder Dienstag bekannt geben mit einem extra kurzen Video hier auf YouTube und mit einem extra Post auf meiner Facebook Seite, wenn meine Homepage, meine neue Webseite, die ich mit dem Benny erstellt habe, online geht. Dort könnt ihr euch informieren über meine Angebote. Da steht auch ein bisschen was über mich. Wir haben einfach ein bisschen was zusammengestellt, was euch hilfreich ist und ab dann könnt ihr auch wieder Buchungsanfragen stellen. Ich erkläre das aber alles nochmal in einem gesonderten Post, den es von mir geben wird. Ich hoffe, ich schaffe es bis Silvester, wenn ich jetzt auch die Videos dann morgen am Sonntag online stellen kann. Ich habe jetzt heute Wasser und Erde gemacht. Ich werde morgen Luft und Feuer machen und hoffe, dass ich die dann wechseln wünsche einen guten Rutsch in ein erfülltes und aktives Jahr 2019. Die Erdenergie rockt. Ich sehe eigentlich jetzt von der Tendenz her ganz tolle Aussichten für 2019 und da freue ich mich ganz besonders. Ja, meine Lieben, dann drücke ich euch jetzt ganz fest und sage bis bald. Eure Uli. Tschüss.